Jeder muss verstehen, dass wir Erfahrungen in unserem Leben gemacht haben und jeder gegenüber muss tolerieren, dass man eben triggerbar ist und dass man offene Wunden hat und da geht es halt einfach nur mit offener Kommunikation und mit einer Gemeinsamkeit. Wie kann ich nach vorigen Enttäuschungen Vertrauen in eine neue Beziehung bringen? Ich meine, wir sind ja schon Tiere und wir sind ja sehr intuitiv. Das heißt, wenn man jemanden trifft… So nennst du mich sonst nur beim Sex. Du Tiger. Nein, was ich meine ist, wir sind ja intuitiv und ich finde oftmals sind unsere Instinkte ganz richtig. Das heißt, wenn wir jemanden treffen und dem nicht vertrauen, dann ist das meistens auch so. Grundsätzlich hast du vollkommen recht, aber was ist, wenn du aus vorherigen Beziehungen so geschädigt bist, dass du die, ich sag jetzt mal, Fehler deiner Ex-Partner auf den Neuen projizierst und du gar nicht dafür offen bist, das zu sehen? Du hast vollkommen recht. Ich finde auch, wir Menschen spüren Energie. Wir spüren, was ist echt, was ist nicht echt. Oft macht uns der Kopf dann noch irgendwas kaputt oder so. Aber letztendlich wissen wir, was gut und was schlecht ist und wir wissen, was richtig für uns ist. Aber du bist natürlich aufgrund der Erfahrungen irgendwie leicht triggerbar. Und jetzt nehmen wir mal an, du bist in einer neuen Beziehung und dein Partner macht etwas, was dein Ex-Partner gemacht hat und es triggert dich. Und der neue Partner meint das aber gar nicht böse oder meint das gar nicht in diesem Zusammenhang, wie es natürlich der Ex-Partner gemeint hat. Aber trotzdem triggert es dich und trotzdem bist du wieder in der Situation und sagst, das hat mein Ex-Freund auch gesagt und danach ist er mir fremdgegangen. Ich finde es so schwer, vor allem je älter du wirst und ich meine, du bist sehr, sehr, sehr alt, ich bin sehr alt. Man bringt schon so ein ordentliches Päckchen mit in eine neue Beziehung. Der Rucksack ist vollgepackt, mein Freund. Der Rucksack ist voll. Das ist ein richtiger Trekking-Rucksack. Ey, ich bin ganz ehrlich, je älter man wird, ich dachte immer, es wird leichter, je älter man wird. Aber je mehr Erfahrungen du gemacht hast, je mehr Erfahrungen du gemacht hast, vor allem negative, desto verletzlicher wirst du. Das ist echt hart. Ja, und du bist, du wirst vor allem auch, ich meine, ich sehe es doch bei uns beiden, wenn wir uns Sprachen einschicken, wir werden grummelige alte Männer. Ja. Und du weißt halt auch im Laufe des Lebens, was will ich, was will ich nicht. Und da ist der Toleranzbereich für Fehler des Partners auch, wird immer kleiner. Ja, aber das ist halt Bullshit. Das ist halt fucking Bullshit. Das ist so, du findest nicht einen Partner, der genauso ist, wie du es willst. Vielleicht schon, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach super gering. Ja, und dann ist es, ich glaube, auch dann findest du wieder einen Grund, warum du meckerst, weil es langweilig ist. Irgendwas oder irgendwas stört dich oder du merkst so, oh, am Anfang, die Person, die du kennengelernt hast, war letztlich nur eine Projektionsfläche für dich, weil du denkst, oh mein Gott, das ist genau der Partner, die Partnerin, ja. Und dann lernst du sie kennen, merkst du, ey, krass, ey, der war gerade auf dem Klo und das stinkt genauso. Also, du hast es eigentlich ganz schön gesagt. Du hast gesagt, ja, mein Ex-Partner hat das und das gemacht und das hat immer das bei mir ausgelöst und jetzt machst du das auch. Ich find, thematisieren ist gut. Also jetzt nicht, also versuchen, sachlich zu thematisieren, weil dann weiß der andere auch, ah, okay, krass, das hab ich jetzt gar nicht böse gemeint. Wie du gesagt hast, ne, er hat's ja vielleicht gar nicht absichtlich gemacht oder so oder böswillig und dann versteht es der andere und dann kann man darüber reden und dann hat man irgendwie seine Ängste, seine Befürchtung geäußert und ich find das immer ganz gut. Ja, das ist ja wie überall im Leben, Kommunikation. Also, wenn du den richtigen Partner hast und du dem sagst, oh, scheiße, das trifft mich gerade und ich habe gerade totale Ängste, weil ich das alles schon mal durch hatte, der richtige Partner sollte in so einer Situation so empathisch sein und sagen, oh, shit, okay, verstehe ich. Das war natürlich nicht ansatzweise so gemeint. Man muss aber darüber reden, weil wenn die getriggerte Person sich dann wegdreht und sagt, ey, ich bin jetzt bockig oder zickig wird oder aggressiv wird, weil man eben wieder, weil sein inneres Kind oder was auch immer plötzlich da ist und schreit, dann weiß der Gegenüber gar nicht, hä, was ist denn jetzt los? Ich hab doch gar nichts gemacht und dann verhärtet sich das und dann entschuldige, dass ich jetzt deine Ehe da als Beispiel nehme, aber du sagtest das gerade, aber dann ist irgendwann eventuell auch der Punkt erreicht, wo es vorbei ist und wo es nicht mehr geht, wo es zu spät ist. Man kann natürlich, das heißt ja nicht, dass man die Emotionen unterdrücken muss, aber wenn ich merke, okay, ich werde jetzt sauer so, dann, ich meine, du kannst auch aus dem Raum gehen, ja, oder sagen, okay, ich brauche jetzt kurz mal hier eine Pause, ich fahre mal spazieren oder keine Ahnung was und dann kann man nochmal mit frischem Kopf zurückkommen und sagen, okay, lass mal drüber reden, weil reden bedeutet wirklich reden und reden bedeutet nicht sich anbrüllen und Vorwürfe machen, sondern reden heißt, okay, die Emotion hat sich jetzt ein bisschen gelegt, jetzt bin ich in der Lage, den Kopf einzuschalten und zu sprechen und dann macht der andere auch nicht zu, weil wenn du emotional bist und den anderen anbrüllst, dann macht der zu und dann erreichst du auch nichts. Das ist wie bei einem Kind, ein Kind, das du ständig anschreist, wenn es irgendwas gemacht hat, das wird Schiss kriegen und wird sich nicht mehr trauen und am Ende dir sogar Dinge verheimlichen so und das ist in der Partnerschaft genauso. In dem Moment, wo du dich persönlich angegriffen fühlst oder wo du getriggert bist und in deinem Film aus der Vergangenheit bist, bist du nicht in der Lage, vernünftig was zu klären und dann ist es vollkommen richtig, dann musst du, also ich glaube, du musst den Mut haben, deinem Partner zu sagen, oh Gott, das hat mich gerade getriggert und Emotion ist da, dann musst du vielleicht auch sagen, und das muss der Partner dann verstehen, ich brauche mal kurz 10 Minuten oder ich brauche mal 20 Minuten oder was auch immer. Es gibt ja auch immer diesen guten Trick, dass man sagt, heute Abend 17 Uhr, lassen wir uns drüber reden. Jetzt sagen alle oder einige da draußen wahrscheinlich, ja genau, mach mir einen Timer jetzt auf 17 Uhr. Ja, genau so ist es, weil wenn das tagsüber passiert, mittags, vormittags oder am Nachmittag und du sagst, lass uns heute Abend 17 Uhr darüber reden, ganz viele Probleme haben sich bis dahin erledigt und du willst gar nicht mehr darüber reden, woran du dann merkst, war gar nicht so wichtig. Oder du bist klarer im Kopf und du kannst dann mit deinem Partner darüber reden. Jeder muss verstehen, dass wir Erfahrungen in unserem Leben gemacht haben und jeder gegenüber muss tolerisieren, tolerarisieren, tolerieren, mein Gott. Totalisieren, ja. Muss, oh Gott, muss tolerieren, dass man eben triggerbar ist und dass man offene Wunden hat. Und da geht es halt einfach nur mit offener Kommunikation und mit einer Gemeinsamkeit.